ja das ist die zur begrüßung hallo und herzlich willkommen tach was faul mann ich rede oh die polizei kommt wo kommt die polizei oder das ist schlecht die polizei von der feuerwehr hausseiten kommt zu mir ein bisschen zu nervös mein freund ach du halt die klappe muss auch noch so nervösen noch jemand los die ruhe bauen ich muss bauen das haben wir gemacht so jetzt ganz wichtig zwei polizisten was soll da legst du nieder so sieht es aus mein freund das angebot ich will aber nicht er hat sich hat sich da so in gelegten sind hintern rausgestreckt aber er will ich nicht so herrlich 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 hier fehlen noch ein paar gitter das war wegen dem bespucken war das ja klick die klack die klack und klack so die ich habe keinen stahl die betonsäulen noch auf genau in der mitte die dann müssen wir noch aufwerten auf stahl das mache ich jetzt als allererstes weil das wäre total brutal so moment mal jetzt mal runter jetzt holen wir uns erstmal ein bisschen stahl immer mehr stahl haben wir noch mehr stahl 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 193 stahl sehr gut da ist stahl hier ist stahl 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 warte ich habe nur einen dreier hast du ein höheres bei waffen ist gar nichts als kein einziges ja ich auch so ich war auto teile werkzeuge das ist aber kacke wie kann man denn so ein scheiß ding bauen rot 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 geschützt ist abgeschlossen kann ich nicht bauen kannst du dort bauen eben nicht ein schrott geschützturm ich guck gleich mal um moment und dafür lernen das ist aber schlecht wieso haben wir denn kein einziges von der scheiß sinken nur ein einziges ist aber lächerlich gibt die anderen alles zerlegt war sehr klug von mir hat da sie holz die stein schaufeln liegen da ins werkzeug drin stein da ist ne vierer da ist ne fünfer sag ich doch bei parts sind die drinne mal gucken wie viel schaden macht er denn der macht 13 er macht 16 er macht auch 16 also wir haben zwei beistück ein kommt auf meine seite einkommen auf deine seite reparieren tun reparatur reparatur und munition dafür damit 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 immer da oben auf als allererste wer so wohin damit ist die frage alle fragen du stehst immer da also ballert das ding darüber und soll das ballern geschützt nach da dann wenn dann geier kommt dann kriegt er in die schnauze gut 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 der kann doch quasi direkt neben dir steht ja der kann auch dastehen wird von da ein bisschen geschützt das ding zu laden ist doch komplett geladen als prima so solange wir hier um tun uns ich tun meistens auf der anderen seite rum ne das weiß ja du tust eigentlich quasi überall rum ja ist halt schwierig weil du ja meistens am apparieren bist worüber ich dir auch sehr dankbar bin ja glaube ich dir wir machen jetzt den hier fest dann machen wir den verdammten klotz hier hin ist der andere kaputt seine ja der ist inaktiv inaktiv so heißt das besser an als kaputt jetzt ist er total im arsch ich bin inaktiv wow das sind ganz schön viele kabels hier so also der schießt hier rüber das ist gut ach hat er da schön herrlich diese hingabe gib mir mal das ding her die kniffte lol kein wunder dass die nicht geschossen hat die waren die waren die angeschlossen an strom so die guck nach da aber die ist ja gar nicht wieder gar nicht eingeschaltet totaler blödsinn die zielen selber oder was die dinger hier ja jetzt sind jetzt hat er der idiot damit der spitzhacke drauf der idiot ja das haben wir ein idiot würde ich sagen sollen wir die ausschließlich für die flugabwehr benutzen erstmal ja ne ja klar weil so viele haben wir ja noch nicht wir brauchen auch normale eisenbarren ach du kacke 14 bis 15 uhr schon ja ich muss erst hier die beton geht fertig machen sonst gibt das keinen gleich ja so gleich direkt kloppeln ach gibt's doch noch so ich härtet ja nie aus hält keine sau aus äh härtet nicht aus so komm her zack beton 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 oh das ist schlecht da muss noch einer hin klack klack tint 而er beton lalala lalala ja lalala lalala da da kein da ist beton 100 beton ab nach oben bis zu beton 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 und beton das kann jetzt aushärten da das wollte ich unbedingt mal schnell ein tiefer nicht dahin hüpfen gerne hier ist auch noch überhaupt nicht repariert den ganzen dinge da muss nicht repariert sein oder doch hier ist auch hier ist ein weg so schlecht sollten die hier lang latschen ich weiß das nicht mehr und da und von da nach da nee sollten sie nicht alles klar okay hat kann weg so ich kontrolliere mal da geht nicht kann er nicht hin bist du da der da ankommt kannst du dir holen oh 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 du scheiße das ist aber übel da brauchen wir noch jede menge stahl bis das hier richtig fest wollen wir ja ne ganze front aus stahl ja ich würde mich erstmal und jetzt auch diese säulen konzentrieren ja konzentrieren sie sich gut dann mache ich hier das ist die böse so vier fünf blöcke erstmal mit stahl aufgewertet habe da unten oh kein stahl geht aber schnell aber hallo ja gar keine musik mehr musik ist trumpf musik ist unser lieben mein gott was für eine alte scheiße einem manchmal einfällt ne weißt du wohnung da liegt nein weil wir fucking alt sind ja was nicht wir wenn du dich meinst oh der hobbit ist großzügig der hat mir genau fünf stahl dinge übergelassen da fand das dich du hast gesagt ich kann mir stahl nehmen ja 5000 egal 500 die rausgenommen habe echt ja dann stahl brauchen ein bisschen dann müssen wir noch ein bisschen mehr stahl produzieren leider ich wusste gitter geht da habe ich doch auch keine gitter gebaut die gitter müssen rein nein drehung lalala lala lala sehr gut ja Allan lala 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 effizienter hier gerede spouren lala lala das ist auch mal reparieren ist lag At Vill entr mit Stahl. Ja, da müssen wir ja was zu tun haben. Ja, Metall und Stahl. Oh, hier sind alle Kräfte. Was ist hier eigentlich mit dem Ausleger hier, muss der da sein? Sekunde, sind gleich fertig. Ja. So, das wäre schon mal ganz gut so. So, was für ein Ausleger? Wer hier? Nee, der muss nicht da sein. Genau, aber das ist doch wurscht. Ist da wieder nicht schön? Wie funktioniert die Funktion? Ja, aber dann können sie die hier an eine Wandrand kloppen oder was? Machen die doch gar nicht. Okay, dann machen die das nicht. Also kann ich doch beim nächsten mal entsorgen. Das ist doch super. Ja, kannst du. Kannst du von mir aus auch jetzt entsorgen. Wir haben ja noch Zeit. Ja, nee, jetzt noch nicht. Jetzt will er nicht entsorgen. Aha. Ich hab gedacht, ich soll erst epaieren. Ja. So. Oh. Jetzt, dazu fällt mir ein, haben sie denn schon Gips gebaut? Dann wird es aber Zeit, Herr Hobbit. Ach, der passiert ja gar nicht so oft. Ja. So. Geh mal her. Nehmen. Der verletzt, man kriegt hier nur Hohn und Spott. Jawohl. Komm doch nur von hinten, oder? So. So. Hier, aber da oben. Die kommt von hier, ja. Dann machen wir das. So. Hm. Alle weggesprengt da, die Gitter, oder haben wir die da gar nicht gemacht? Das muss weg hier, der Schrott. Spott. Ne, dahin kommt das. Einmal nach links, einmal nach rechts. Ich bin nicht. Bam. Bam. So. Das wird jetzt festgemacht hier. Das auf jeden Fall. Oh. Kleine Toilettenbude. Egal. Toilettenbude? Ja. Ja. Aber muss er sich alle hören. Oh, noch wenigstens mit Ästhetik. Er sagt Toilettenbude. Ne, also so kannst du es ja nicht. Ah, es fängt schon an zu rappeln. Ente zum. Tum. 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 Hey. So, ist auf Zombie. Prima. Äh. Aber das geht direkt an den Saft hier. Ganz einfach. wer du daran hier auch daran was jetzt los da ist kein strom mehr drauf wo ist kein strom auf warum nicht weil ich verkehrt drum gemacht habe scheißen dreck wie geht das wie kann man die kabel abmachen mist das passt ist jetzt keins mehr wie witzig hobbit genau weil ich auch noch du wirst nutzen so aber jetzt das ding startklar jo das ding auch jo da muss nur saft rein so jetzt muss dann nur noch saft dran woher hatten wir den saft denn von hier nach da geht nicht geht nicht weil nein ist nicht zu weit weil weiß ich nicht stundenweg schließen keine ahnung an den nicht dran machen das ist richtiger scheißen dreck weil dann haben wir keinen sagt nicht übel dann machen wir einen breiter und machen da noch einen motor mit rein das ist totale kacke hier fackig warum denn verstehe ich nicht schon wieder eine scheiße ohne saft große kokolores bitte jetzt gehe heißt ran ist dran alles klar ja kein kund immer so gut zu schreien ja ja natürlich das muss funktionieren gleich geht los ja so genau da hat er noch eine akka ich meine die habe ich doch gar nicht damit also die habe ich nicht bei mir ich bin hier am bauen da brauche ich kein gewehr achso und so viel schuss hast du noch achten mehr hast du nicht mehr noch ob ich bitte sagte nichts früher ich habe dir doch 600 schuss gegeben wie wir das letzte mal losgegangen sind jetzt ehrlich wo sind die hin auf ihre haus auf auf sehe ich nicht was heißt auch raus leer alles leer alles weg und das schuss habe ich hier unten in der kiste mit 9 so verarschen da zwei stunden vor torschluss hätte mir hat keine munition das ist selber schuld gebaut oder nicht für die andere waffen munition gebaut für die hier nicht weil ich dir 600 schuss gegeben hatte bin ich wieder aus der hose spricht kann nicht wahr sein wieso macht es das woher kommt der hergern nein ach maul da kommt die ganze karnevalsgesellschaft fürste leider sieben sechs minuten ich baue zwei stück sieben au wir hauen irgendwo drauf rum wir müssen hoch die rennen reißen aus die hütte auseinander weißt du wo die sind kümmerst du die stadt rum ich muss die ganzen dinge nach fünf fünf vier fünf vier vier drei vier 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 wo ist im karton so ja das müsste noch reichen hobbit baumunition nach ist gleich in den tisch drin ja in den tischen habe verstanden hoffe ich ja fast kein schießpulver mehr schießpulver produzieren da ist noch ein bisschen hier ein bisschen okay hier ist nichts mehr okay schießpulver haben wir noch ein bisschen ja als sie schlecht so munition zwar hier 1 2 300 die knarre hast du schon eine knarre ausgeholt mit der munition auch noch nicht aber ich sofort so habe ich jetzt bisschen stark auch zum reparieren da danke ich habe noch 300 stück ich habe jetzt selber 200 beton brauche ich reparieren ich muss mich jetzt mal übrigens genau wir haben als guten tipp bekommen man an sich 50 punkte über fressen weil ich ja immer peinlich genau darauf achte ja es machst du auch immer nähle du hausag immer rein alles klar ich muss jetzt essen wird eng war zeitlich gesehen passt hat ich trink einfach noch ein brauche ich mir eine pille rein und jetzt wird gegessen 50 kann ich mich überfressen wo ist der fucking meist hatte weg damit ihre gläser wo sind die da kommen da einfach rein als tüchen in kiste essen ist da weiß 130 sagen wir mal 100 70 90 so genug verfressen wunderbar die schrot worte die industrie ist original in der munitionskiste reparieren reparieren auspacken hoffentlich ist das jetzt alles richtig gemacht hat das ist natürlich immer wie leider zu knappen zeit und hat noch zu überprüfen die das wieder zu lachen auch keine GOTK dass hier noch so hop 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 da ich würde hier anbringen tun sie schießen auch durch gitter durch eine oder die spucker ja nicht die spucker unsere maschinengewürttürme ich glaube schon ja müssten müssten wir müssen ich habe war doch schon wieder wenn ich so recht angeschissen ich drehe immer viel macht spaß von der seite nicht wird auf der kerze kleben wenn die kerze ab es fällt darunter da ist natürlich super dann kriegt sie von der seite halt kein nichts dran machen so das ist dann alles drin die munition muss noch auspacken wie was jetzt los ist 10 uhr ach du scheiße wir müssen neue folge anfangen nehmen sie die bis nächstes mal haben die ehre